Hallo und willkommen bei einem neuen Runde in die Hardcore Games. Ich bin Känger, weil Schmiede für Eisen. Und äh, ja, 22 Spiele, US, also ich denke diese Runde kann schon was werden, also One Bar, das reicht bestimmt aus, um heutzutage einen zu töten, bin ich ganz fest überzeugt. So weit kann er doch nicht sein, oder? Hallo? Nicht jetzt. Also, schön, bin ich nett von dir. Ähm. Ähm. Ich spiele jetzt Boxer, weil keine Schmiede und weil US. So, ich muss noch ein bisschen quick touchen. So, Boxer ist auch schon scheiße, also wegen dem halben Herz Schaden, äh, weniger Schaden ist schon cool, aber... Holzwert damit, mit der Hand, das ist nicht so toll. Hätte noch Steine bleiben sollen. Oh, ich erinnere mich sogar, damals in der 1-6-Sette war ich Grappler mit Bulldea und da kam halt ein einzelner Boxer. Hätte mich richtig kaputt gefickt. Ich hätte fast verloren. Oh, ja, interessiert wahrscheinlich auch keinen. Aber naja, die alten Zeiten waren schön. Schade, dass das alles vorbei ist. Okay. Oh, ich bin da als Spieler. Hallo. Hinter dir. Oh, danke. Noch besser. Ich bin ein Zugga-Gamer. Hallo. Ich bin ein Zugga-Gamer. Schade, nicht? Und dann noch ein paar Teile. All got? Okay. Bitte, 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 ich will doch nur hier raus. Puh, okay. Ähm, also der Schaden ist echt... Ey, ey nein, das kann man jetzt echt nicht dein ganz sein. Ohne Scheiß. Scheiß. Kurz. Hacker. Hallo und willkommen zur dritten Runde. Ähm, ja, ich werd jetzt grad so ein bisschen weggehackt. Oder zwar einfach nur scale, dass er so schnell war. Aber egal. Ich bin Hermit, weil ich grad erst gejoint bin und nicht wusste wie der Sump ist. Und, äh, ja, da haben wir noch einen anderen Spieler mit uns. Ich hoffe, wir können uns mit dem gut anfreunden. Und hoffen mal, testen wir uns, ob diese Runde mal was tolles wird. Wie mit den anderen davor. Ja, auch was schönes draus geworden. Ja, liebe HG. Wisst ihr das? Also, HG ist echt was richtig tolles. Ich mein, 30 Spieler pro Runde, das ist doch echt geil. Also, ist ja nicht so, als wenn er damals 150 oder so gewesen wäre. Ja. Schon traurig, was hier aus HG geworden ist. Also, es liegt jetzt nicht vielleicht am Spiel, aber... Es liegt jetzt an der Community, jeder ist jetzt richtig krass. Also, ich persönlich schaffe es nichtmals mehr, mit Gladiator was zu reißen. Entweder, Gladiator ich einen Folaren, oder einen Typen, der mehr Sups hat. Und da muss man schon echt Angst haben, wenn jemand mehr Sups setzt, weil sie auch alles weg tanken. Heutzutage. Aber naja. Es kann halt nicht alles so bleiben, wie es ist. Ninja BR. Ich verstehe immer noch nicht, warum die BRs überhaupt hier sind. Und warum nicht auf... Die... Warum nicht auf ihren eigenen BRs da sind? Wofür gibt's denn dieselbe? Naja. Also mal schnell draufklicken. Ich finde nicht, dass ein BR... Sowas... Nein, bitte. Muss doch nicht sein. Auch Ninja. Ja. 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 Oh Gott. Ja. Ups. Das ist der Wisch? Nein. Hallo. Ninja. Suppen wären vielleicht schlau gewesen. Da wir schon hier sind, können wir auch direkt weiter machen, wo er aufgehört hat. Also es tut mir echt leid, dass die Aufnahme hier gerade nicht so schön ist. Sonst ist es spannend, aber es ist halt 1 Uhr oder 0 Uhr, ich weiß nicht. Sagen wir einfach 0.30 Uhr. Ja, es sind halt nicht so viele Spieler wie sonst. Obwohl, sind sowieso niemals viele Spieler. Ihr wisst, was ich meine. Warum ist ein Team? Macht mir Angst. Ja, ich baue mich jetzt mal runter. Weil ich keinen Bock hatte, etwas zu verraten. Ja, ich glaube nicht. Ja, mittlerweile braucht man schon Half Iron, um ein Team da und zu kriegen. Sonst bist du im richtigen Arsch. Weil sie ja so krass wegdrinken und Stecksteck haben und was weiß ich. Warum sperre ich mich überhaupt? Hallo! Ähm, ja, ok, wie ist der denn verrückt? Ah, schade, ich dachte ich wäre ja Kingo. Dann hätte ich jetzt einfach so... Kingo, Kingo, Kingo. Ah, tschüss. Dankeschön Gott, dass du mir sowas schenkst. Äh, ja. Wo ist denn eigentlich der andere da? Seltsam etwa. Vielleicht schaffe ich sogar wirklich was mit dieser Runde zu reißen. Dieses Schafs macht mich so unsicher. Okay, das Ei behalte ich definitiv. Könnte mir richtig den Arsch reißen. Zwei, ja, ja. Oh Gott. Nee. Bitte. Und so schnell wie möglich hoch. Schätzlein. Kein Zeug haben. Nee. 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 Also wenn er jetzt wirklich immer die Flächen kann, dann finde ich das echt unverschämt. Also dass er mich einfach so hier vergisst. Na, da bist du ja. Lass mir mal ein Ei. Ey, wenn der jetzt echt... Ey, nee, oder? Der hält jetzt nicht, oder? 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 Nee, tut er nicht. Hab ich doch gesagt. Also ich hab ihn jetzt nur aus Spaß als Hacker beleidigt, wisst ihr? Sowas würd ich doch nie ernst nennen. Hm, oh, was hat er gemacht? Äh, ach so. Mal ein Bläckchen. Die Bläckchen können arbeiten. Was bin ich denn mal von Kit? Ach ja, hör mit. Oh scheiße. Oh scheiße. Ich check den Team. Oh mein. Äh... Ich hab's verstanden. Oh mein Gott. Ich hab's verstanden. Okay. Okay. Ja. Hau dich halt hoch. Dankeschön. Oh Gott nein. Oh man. Ja, Hau dich hin, Palma. ja, geht bald Pingu, 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 Pingu oh, wir sind die letzten ja, kurz gelett, target ich ihn also ich find's echt lieb von dir und du dann da Pisser spielst auch noch Viking was total scheiße ist von dir verdient und verdient ja, hat ein Wind so ich hoffe das hat euch gefallen wenn ja, dann bitte eine positive Bewertung und wenn nicht, dann halt eine negative Bewertung und ja wir sehen uns im nächsten Video und tschüss